Hören Teil 1 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie die Aufgabe 1. Hallo Mama, hier ist Cornelia. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass wir nun doch nicht zu deinem Geburtstag kommen. Außerdem muss Thomas zu Weihnachten arbeiten. Da hat er Dienst. Also können wir nur zu Silvester kommen und bleiben dann aber bis zum 2. Januar. Okay? Tut mir leid. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Mama, hier ist Cornelia. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass wir nun doch nicht zu deinem Geburtstag kommen. Außerdem muss Thomas zu Weihnachten arbeiten. Da hat er Dienst. Also können wir nur zu Silvester kommen und bleiben dann aber bis zum 2. Januar. Okay? Tut mir leid. Lesen Sie die Aufgabe 2. Und hier die aktuelle Verkehrsinfo mit Staumeldungen, Blitzern, Radarfallen und Baustellen. Die A3 von Frankfurt Richtung Würzburg ist wegen eines Unfalls zwischen Seligenstadt und Seligenstädter Dreieck vorübergehend gesperrt. Fahren Sie bitte vorsichtig. Auf der A66 zwischen Wiesbaden und Schiersteiner Kreuz befinden sich Reifengreifen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier die aktuelle Verkehrsinfo mit Staumeldungen, Blitzern, Radarfallen und Baustellen. Die A3 von Frankfurt Richtung Würzburg ist wegen eines Unfalls zwischen Seligenstadt und Seligenstädter Dreieck vorübergehend gesperrt. Fahren Sie bitte vorsichtig. Auf der A66 zwischen Wiesbaden und Schiersteiner Kreuz befinden sich Reifengreifen. Lesen Sie die Aufgabe 3. Herr Kranz, hier ist Schwester Renate. Ich rufe im Auftrag von Dr. Koslowski an. Ich soll Ihnen sagen, dass Sie heute erst um 12.30 Uhr in seine Praxis kommen sollen und nicht schon um 11 Uhr. Er ist noch im Krankenhaus und wird sich etwas verspäten. Rufen Sie mich doch bitte zurück. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herr Kranz, hier ist Schwester Renate. Ich rufe im Auftrag von Dr. Koslowski an. Ich soll Ihnen sagen, dass Sie heute erst um 12.30 Uhr in seine Praxis kommen sollen und nicht schon um 11 Uhr. Er ist noch im Krankenhaus und wird sich etwas verspäten. Ich rufe im Auftrag von Dr. Koslowski an. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Handball-Sportclub aus Sachsen hat am Samstag ein Spitzenspiel gegen die Wiesbadener geliefert. Er gewann 25 zu 22. Zu Beginn lagen die Damen aus Wiesbaden noch mit 9 zu 16 in Führung. Aber am Ende kam dann doch der verdiente Sieg. Das letzte Spiel vor einer Woche endete ja bekanntlich mit einem enttäuschenden Unentschieden 21 zu 21. Lesen Sie die Aufgabe 5. Der Lufthansa-Flug LH 2462 nach Helsinki muss storniert werden. Die Passagiere werden gebeten, sich am Informationsschalter 1 zu melden. Achtung! Letzter Aufruf für die Passagiere des Lufthansa-Fluges LH 2528 nach Moskau. Begeben Sie sich bitte unverzüglich zum Flugsteig 12. Das Flugzeug ist startbereit. Der Flugsteig für Lufthansa-Flug 2228 nach Paris hat sich geändert. Bitte begeben Sie sich zum Flugsteig 14. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Lufthansa-Flug LH 2462 nach Helsinki muss storniert werden. Die Passagiere werden gebeten, sich am Informationsschalter 1 zu melden. Achtung! Letzter Aufruf für die Passagiere des Lufthansa-Fluges LH 2528 nach Moskau. Begeben Sie sich bitte unverzüglich zum Flugsteig 12. Das Flugzeug ist startbereit. Der Flugsteig für Lufthansa-Flug 2228 nach Paris hat sich geändert. Bitte begeben Sie sich zum Flugsteig 14. Hören Teil 2 Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wer hat was geschenkt? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Beispiel Puh, war das anstrengend. Ja, unsere Hochzeit war wunderschön, aber sehr, sehr anstrengend. Komm, wir sehen uns die Hochzeitsgeschenke an. Hier auf der Liste können wir sehen, wer was geschenkt hat. Auspacken können wir später. Dass meine Eltern uns nun doch die Reise in die USA geschenkt haben, finde ich super. Das war das Beispiel. Hören Sie nun den Text. Warte mal, hier ist die Liste. Also, Peter hat uns die tolle Espressomaschine geschenkt. Damit können wir uns richtig guten Kaffee kochen. Und das Kaffeeservice dafür kommt von... Warte mal... Hier, das ist von Gerlinde. Hast du ne tolle Schwester. Weiß ich doch. Schau mal, deine Tante Dagmar hat uns ein Sofa geschenkt. Den Stoff dafür können wir uns selbst aussuchen. Nein, sie hat uns den tollen Schreibtisch geschenkt. Der kommt in unser Arbeitszimmer. Ach ja, stimmt. Und hier, die Kamera, die ist von Thomas. Die nehmen wir mit, wenn wir in die USA fliegen. Super. Oh, super. Die Kiste Wein hat niemand gewählt. Und den Mixer auch nicht. Aber hier, die Lampe für unsere neue Wohnung ist von Alexander. Und von Michaela kommen die Töpfe. Hören Teil 3 Sie hören fünf kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie die Aufgabe 11. Na, hast du gestern den Krimi gesehen? Der war toll. Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Ich wollte im Ersten die Serie Unterfreunden sehen, aber da kam Papa rein und wollte Fußball schauen. Also hab ich das Spiel Hamburg gegen Bayern München verfolgt. Lesen Sie die Aufgabe 12. Steiner? Hallo Rufus. Hier ist Sergej, dein Trainer. Warum warst du nicht beim Training? Wir brauchen dich. Sebastian hat seinen Arm gebrochen und Noah hat Grippe. Also, ich hatte Zahnschmerzen und bin zum Zahnarzt gegangen. Ich darf jetzt drei Tage keinen Sport machen. Na dann. Gute Besserung. Lesen Sie die Aufgabe 13. So, das ist dann schon alles. Fast alles. Wieso fast alles? Ich bin schon das dritte Mal hier auf dem Arbeitsamt. Ich habe schon so viele Formulare ausgefüllt. Die Fotokopie von meinem Pass haben Sie auch. Was brauchen Sie denn noch? Na na. Das einzige, was wir noch brauchen, ist eine Fotokopie Ihres Arbeitsvertrages. Ach so. Die habe ich hier. Bitteschön. Vielen Dank. Lesen Sie die Aufgabe 14. Hallo. Entschuldigen Sie. Ich suche den Hörsaal. Ich bin Medizinstudent und neu hier. Ich war schon im dritten Stock. Aber da ist eine Mathevorlesung. Also die Vorlesungen für die Mediziner sind im zweiten oder fünften Stock. Warten Sie mal. Ich schaue auf dem Plan nach. Ah ja. Sie müssen mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock fahren und dann die Treppe benutzen, um in den fünften Stock zu kommen. Lesen Sie die Aufgabe 15. Na, was darf es denn sein? Ich hätte gern einen Cocktail. Um diese Zeit mixen wir leider keine Cocktails. Darf es ein Glas Champagner sein? Oder ein Wein? Oh. Wein wäre auch nicht schlecht. Haben Sie Rosé-Wein? Nein, aber einen guten Rotwein unseres Hauses. Dann lieber den Champagner. Rotwein mag ich nicht. Sofort. Hören Teil 4 Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Beispiel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir Tina in unserem Studio. Tina, Sie leben schon seit Ihrer Kindheit hier im Berliner Stadtteil Adlershof. Das heißt fast 40 Jahre. Ja, ich bin praktisch hier geboren. Das war das Beispiel. Hören Sie nun das Interview. Was ist denn so interessant an Ihrem Stadtteil oder Kiez, wie die Berliner sagen? Also erstmal finde ich es super, dass hier Alt und Neu so nahe beieinander sind. Außerdem ist es mit der S-Bahn nur eine halbe Stunde bis zum Zentrum Berlins. In den 1990er Jahren ist ja die Einwohnerzahl stetig zurückgegangen. Seit einigen Jahren steigt sie wieder. Wie kommt das? Naja, hier befindet sich ja seit einigen Jahren einer der drei Universitätscampi der Humboldt-Universität. Das zieht natürlich vor allem junge Leute an, die dann hier wohnen und arbeiten möchten. Aber Adlershof hat auch im Sportlichen und Kulturellen viel zu bieten. Sportanlagen, Kinos, Kneipen, Konzerte, geführte Touren. Die Straße, die da entlang führt, ist das Adlergestell, oder? Ja, und es ist die längste Straße Berlins. Länger als der Kudamm. Aha. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Kindergärtnerin. Durch die steigende Einwohnerzahl gibt es auch immer mehr Kinder und die brauchen Kindergärten. Na dann brauchen Sie sich ja keine Sorgen, um Ihre berufliche Zukunft zu machen. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Was ist denn so interessant an Ihrem Stadtteil oder Kiez, wie die Berliner sagen? Also erstmal finde ich es super, dass hier Alt und Neu so nahe beieinander sind. Außerdem ist es mit der S-Bahn nur eine halbe Stunde bis zum Zentrum Berlins. In den 1990er Jahren ist ja die Einwohnerzahl stetig zurückgegangen. Seit einigen Jahren steigt sie wieder. Wie kommt das? Naja, hier befindet sich ja seit einigen Jahren einer der drei Universitätscampi der Humboldt-Universität. Das zieht natürlich vor allem junge Leute an, die dann hier wohnen und arbeiten möchten. Aber Adlershof hat auch im Sportlichen und Kulturellen viel zu bieten. Sportanlagen, Kinos, Kneipen, Konzerte, geführte Touren. Die Straße, die da entlang führt, ist das Adlergestell, oder? Ja, und es ist die längste Straße Berlins, länger als der Kudamm. Aha. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Kindergärtnerin. Durch die steigende Einwohnerzahl gibt es auch immer mehr Kinder und die brauchen Kindergärten. Na dann brauchen Sie sich ja keine Sorgen, um Ihre berufliche Zukunft zu machen. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank für's Zuschauen.